Hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Episode Baba is You, die wir in der letzten Episode so abgerockt haben, ja. Eigentlich die letzten zwei Episoden, finde ich. Muss jetzt mal was schwereres kommen hier. Oh, das sieht schön aus. Okay, also, ne, was haben wir gelernt? Das ist alles irrelevant und wird nicht veränderbar sein, aber wir müssen hiermit arbeiten. Deswegen. Ähm, spontan würde ich sagen. Dass die Tür einfach zu Sink wird. Äh, nee, dass die Tür erstmal zu Push wird, ne? Weil wenn sie das wird... Okay, und... Die Tür ist Push, ne? Ne Sink. So. Puff. So, Tree sollte ein Tree haben. Ja, ja, ich weiß, war nicht mehr geplant. Tree has tree is sink. So, jetzt hauen wir das hier hin und sagen, Tree is Push. Mist. Das geht nicht. Kann ich... Moment, wenn ich das entferne, kann ich da nicht einfach durchlaufen? Kann ich. Ich kann einfach durchlaufen. Okay. Nehme ich so hin. Ähm. Wusste ich jetzt nicht direkt so? Uff. Ab. Was ist ab? Welt ist ab. Achso, jetzt geht's in Richtungen, oder was? Uff. Flower ist die Federn melt. Nice. Okay. Okay. Ich habe wieder gelernt. Warum sollte das hier nicht dastehen? Deswegen. Ähm. Welt ist ab. Und das bringt mich jetzt halt auch wieder zur Lösung direkt, ne? Weil. Baba is Belt. Oder Baba is Shift. Guck mal, Baba is Shift. Dann kann ich doch die Rosen alle auf eine Stelle hauen, oder? Geht das nicht? Bis auf die Flagge. Moment. Shift ist ab. Welt ist absurd Und dann Ja, ich muss auf jeden Fall mit dem Ich muss mit dem Ghost arbeiten So So, jetzt hau ich das hier rüber Ich will das alles mal da drüben haben, ja Nämlich jetzt wird Baba Shift sein Und damit Hmm So, weil Ghost push ist das das Problem Ja, ich muss zuerst den Belt dahin schieben Vorher ich den Ghost dahin schiebe Also so, so Baba ist Shift Zu weit Jetzt Machen wir Bild ist Belt ist ab Zack Jetzt sage ich wieder Baba ist Shift Zack Zack Ah, ha 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 Nice Läuft besser als erwartet Muss man mal so sagen Concrete Gold Okay, Analyse Trees, ja Das können wir ignorieren Das können wir ignorieren Und hiermit werden wir arbeiten müssen Beispielsweise Flag ist Belt Zum Beispiel Oder Flag ist Push Oder Flag ist Shift Vermutlich Flag ist Push Vielleicht Brauche ich vermutlich nicht Mal schauen Das habe ich nicht erwartet Und jetzt Okay, weil Flick stopp ist Ich verstehe Also müssen wir echt sowas machen wie Also müssen irgendwas So Belt ist Shift Ich will was da draufkriegen Warum kann ich nichts da draufkriegen Hm Moment Es war gelogen Welt ist Push Moment Das geht nicht Schade Aber kann ich Kann ich nicht sowas machen Weil Ist halt Text Nee Warte Wie Hmm. Ein bisschen weiter hinter drauf, oder naja. Jetzt muss ja irgendwie irgendwas in die Richtung sein, weil... Es ergibt halt auch null Sinn, dass die so lang sind. Also das muss ja auch einen Grund haben. Den Zentren kürzeren genommen. Ich kenne die, was es darstellen soll. Ähm... Gibt's sowas? Hm. 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 Geh nicht, dass ich die Flagge dann irgendwo draufpusche. Wusste ich es doch, dass man damit arbeiten muss. Oh, Welt. Dann kann ich das doch, weil ich ein bisschen weiter entfernt bin, richte ich mir das jetzt noch hier schön ein. Bring die Flagge dann zu mir, los. Jawoll. So, ich denke, das war es auch mit dieser Weserode, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, tschau.